In der Hölle von Vietnam waren sie die Hunde des Krieges. Grüß zu dir, du mieser Japaner. Du hast ja gehört, die Zeit wird langsam knapp. Sorg. Ich bin noch Schweizer, Mensch. Ich bin noch... Dr. Herbert Ost. Atlas. Ich würde sagen, das war ein 1A Treffer. Walke, Kippe. Und Jackson. Hat Jackson schon einmal jemanden umgebracht? Ob er schon mal jemanden umgebracht hat? Der Typ hat so viele Leute umgebracht, es gibt kaum jemanden, den er noch nicht umgebracht hat. Wahre Männerfreundschaften gab es nicht. Doch 20 Jahre später tauchen alle wieder auf. Sag das, du faule Drecksaube. Weck deinen Arsch. Und treffen sich in Ralf Edens Großraumdiskothek. Aber verändert hat sich nichts. Von den Machern von Captain Cosmotic. Kommt der Action Blockbuster 2002. Bei Operation Dance Sensation. Operation Dance Sensation. Bis zum nächsten Mal.